unterstellt einem Alpha Kevin aber eine gewisse Wendehalsigkeit. Was heißt denn selbstbesoffen? Um Gottes Willen, ey. Das kann im Internet passieren, ja. Ich weiß gerade nicht, in welche Richtung das hier gehen wird, weil ich sehe, was da passiert. Hier spricht der Mensch Boos gerade. Hier spricht nicht der Anwalt Boos. Hier haben wir gerade Mensch Alex Boos sitzen. Ja, meine Freunde, was war los mit unserem Lieblingsanwalt, Rechtsanwalt Boos, der sich im letzten Video relativ, also ich würde schon fast sagen, abfällig über Alpha Kevin geäußert hat. Also free Alpha Kevin bitte jetzt mal in die Kommentare. Alle mal free Alpha Kevin rein, weil das ist so ein bisschen in die Hose gegangen. Das war sein schlecht bewertetste Video ever. Jetzt hat der neues Video hochgeladen, was ist los mit Boos, Statement zur aktuellen Situation und warum ich das Land verlasse. Haben wir ihn jetzt so kaputt gehatet, dass er direkt das Land verlässt? Waren wir doch ein bisschen zu hart? Bananenboos ist alles Banane und nicht mein Bier. Wir gehen trotzdem rein. Abfahrt. Ja, heute kommt mein Statement, warum ich das Land verlasse. Und ich will ein bisschen was dazu sagen, was seit einigen Tagen bei mir los ist. Hi und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Alex Boos, der selbst betrunkene Anwalt aus Mainz. Und ja, ich habe es ja schon angekündigt. Ich werde kurzfristig das Land verlassen, weil ich in Urlaub fahre. Ja, tatsächlich. In ein paar Tagen, wenn ich da... Wird er mit Shuyoka in den Urlaub fliegen? Oh, 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 Gerüchte werden gestreut. Gerüchte werden gestreut. Nein, also für alle die, die das nicht gesehen haben oder meine letzte Reaction auf sein Video nicht gesehen haben. Und Rechtsanwalt Boos hat Shuyoka in Schutz genommen. Das war auch mal eine ganz wilde Nummer. Ich muss mit ein bisschen Abstand sagen, dass ich es nach wie vor zwar nicht ganz verstehe. Seine Argumentation auch irgendwie sinnfrei war. Aber, Chad, aber wir haben privat gesprochen. Und ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber dem Anwalt Boos, der sieht es sehr, sehr menschlich. Und er achtet natürlich auch auf gewisse Aussagen von Shuyoka. Und möchte eigentlich nicht, dass das Ganze so sehr eskaliert. Das ist das, was ich daraus gehört habe. Dass er einfach, naja, so eine Eskalation verhindern möchte. Und ihm hat in dem Moment grundsätzlich das Alpha-Kevin-Video nicht gepasst. Ob das jetzt gut ist, kann man drüber streiten. Ich fand sein Video wirklich grütze. Das habe ich ihm auch persönlich gesagt, dass ich es nicht gut fand. Und er meinte, ja, zu Recht. Er findet es jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet auch kacke. Von daher würde ich sagen, wir geben ihm einfach eine neue Chance. Oder ein Fehler, das passiert uns alle. Ich möchte sein Video nicht gut reden, versteht mich nicht falsch. Aber ich mag Boosiboy trotzdem. Und er hat auf jeden Fall verdient, dass wir ihm hier neutral zuhören. Danke, Pingu's Lady, für das verschenkte Sub. Kuss geht raus. Das Aufnehmen geht's los. Weiß noch nicht, wann ich das Video hochstelle. Und es ist nicht so spektakulär. Aber es wird sehr schön. Wir fahren nach Italien für zwei Wochen. Und das macht mir da immer große Freude in der Nähe von Rom und sowas. Da kannst du viel gucken. Du kannst schöne Wetter genießen. Pool, See, vielleicht fahren wir mal ans Meer. Da muss man gucken, was da alles so geht. Und dann hole ich mich ein bisschen und tanke die Akkus neu auf. Ich war damals als Kind mal in Italien, aber fragt mich nicht, welche Region. Keine Ahnung. Ich hätte auch mal wieder Bock, irgendwie ein, zwei Wochen in den Urlaub zu fliegen. Und Italien würde ich doch auch mal gerne machen. Kann man sich geben. Ja, was ist die letzten Tage los? Ich will ein bisschen was dazu sagen. Mir ist am Wochenende, ja, ich glaube am Wochenende war es hin, mir ein paar Sachen irgendwie. Es hat sich bei mir was verändert. Klingt jetzt sehr kryptisch. Aber ich habe einfach ein paar Dinge angefangen, irgendwie anders zu sehen. Ich habe das gar nicht bewusst gemacht, sondern ich habe irgendwie gemerkt, dass Dinge, die mir vorher immer großen Spaß machten, dass ich das irgendwie angefangen habe zu hinterfragen. Dass ich irgendwie dieses ganze YouTube, Twitch, Influencer-Gedöns-Dings, ich weiß nicht. Ich habe plötzlich so viele Sachen gesehen, die ich vorher, da war ich völlig cool mit und war mir alles egal und am Wochenende hat es sich irgendwie verändert. Also ich sehe vieles, vieles nicht mehr so. Die muss man ja erst mal selbst im Klaren werden. Aber das ist krass. Das ist auf der einen Seite natürlich ein super Selbsteingeständnis und das erklärt seine Stimmung im letzten Video, weil wir haben uns ja alle gewundert. Der sonst immer gut gelaunte Boos, der alles objektiv betrachtet, war auf einmal richtig abgefuckt. Der hatte richtig krasse, schlechte Laune und der hat so viele Dinge unterstellt, einem Alpha Kevin, die einfach nicht wahr sind. Jetzt ist auf der anderen Seite natürlich ein bisschen Bauchschmerz habe ich jetzt trotzdem, weil er ändert seine Meinung, unterstellt einem Alpha Kevin aber eine gewisse, Wendehalsigkeit. Wisst ihr, was ich meine? Dass er ja jetzt irgendwie wie ein Wendehals dasteht. Es ist alles nicht gut gealtert und es tut mir für ihn persönlich einfach leid, dass er sich das Leben schwer gemacht hat mit dem einen Video. Was das eigentlich ist oder was das bedeutet. Das ist übrigens vor dem Alpha Kevin Video schon gewesen. Also jetzt nicht deshalb oder weil da Leute irgendwie kritisieren oder sowas. Ja, ich habe nie ein Problem gehabt mit Kritik. Wenn das sachlich ist, ist es überhaupt kein Problem. Also wer das nicht glaubt, schaut euch mal mein Video über die Frauen aus der Row Zero an. Was da los war. Ja, da war wirklich was los. Ich muss mal diese Säule da aus dem Bild machen. Also Statik ist was Wichtiges. Ja, ja. Also wie gesagt, schaut euch mal dieses Video an oder darunter. Oder schaut euch das Folgevideo an, wo ich dann nochmal auf die Kommentare eingehe oder so. Ja, also und das ist ja nicht das einzige Mal. Und Kritik ist ja auch gut und schön. Das kannst du ja alles machen. Das ist ja alles super. Ja. Ja, ich habe nur gemerkt, ich zeige euch das mal an einem Beispiel, oder? Ja. Lass die Namen da raus. Aber ich habe heute zum Beispiel einen Kommentar gesehen, war unter irgendwo bei jemand anderem. Nee, doch, halt. Das ist unter meinem Video tatsächlich. Das ist glaube ich unter meinem Short. Und da schreibt dann einer hier 800 Videos für uns. Weil ich ja gesagt habe, ich habe 800 Videos gemacht und war doch immer ganz cool. Und er schreibt 800 Videos für uns. Musst du nicht, keiner wird dich vermissen. Ja, das ist halt irgendwie keine konstruktive Kritik. So ein Kommentar von wegen, keiner wird dich vermissen. Also der Kommentarschreiber, ja. Was denkt er, wer er ist, dass er für alles sprechen kann? Schon mal Punkt 1. Punkt 2. Ich habe von so Kritikern auch echt die Nase voll. Weil die einfach nur destruktiv schreiben, dich fertig machen wollen. Und das meist so kleine Kinder sind, die in ihrem Leben noch nie selber was gerissen haben. Man kann ja kritisieren, man kann auch mich kritisieren. Aber irgendwo muss es ja auch konstruktiv sein. Du musst halt Kritik unterscheiden von reinem Hate. Und viele Kommentare, die dann... Ja, ich meine, ihr seht es. Was soll das? Das kannst du dir auch einfach stecken. Was ist das für eine Motivation dahinter? Aha. Gut. Und weiter oben hat dann, glaube ich, noch einer, die abonniert. Ja. Also das ist mal das eine. Gucken wir nochmal auf das andere. Ich habe jetzt nur zwei rausgepickt, gell? Das waren viele. Das ist das hier. Ich fürchte, er wirkt nur sympathisch, ist aber ähnlich selbstbesoffen. Wie? Frau Scholz. Schreibt. Was ist denn selbstbesoffen, Chad? Was heißt denn selbstbesoffen? Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Da einer. Ah. Also. Arrogant heißt das? Arrogant. Ach so. Ich kenne die Redewendung selbstbesoffen einfach nicht. Das zweite Kommentar war nicht bei mir. Muss ich dazu sagen. Das war woanders. Und um jetzt zu verstehen, was in mir vorgeht, erzähle ich vielleicht mal von früher oder von der Zeit vor, dem letzten Wochenende. Da wäre mir sowas völlig egal gewesen. Also kann ja jeder irgendwie schreiben, was er will. Und bitte auch verstehen. Mir geht es jetzt gar nicht um die viele sachliche Kritik oder sowas. Das ist alles cool. Das könnt ihr machen. Ich finde es ja auch toll, wenn Leute... Das ist ein Kommentar gewesen unter meinem Video. Unter meinem Boss-Video oder was? Also ich habe ja auch auf sein Alpha-Kevin-Video reagiert. Um Gottes Willen, ey. Das hat einer bei mir kommentiert. Also ich distanziere mich natürlich von so Aussagen, ja. Wenn ihr Kritik habt, immer gerne. Wir haben ja den Bosi-Boy haben wir auch in dem Video kritisiert. Wir haben ihn auch in dem Stream kritisiert. Aber bleibt doch bitte sachlich. Das sage ich euch immer wieder. Auch wenn wir diese Pflegekräfte-Exposed-Videos machen. Es bringt da nichts zu beleidigen oder irgendwie auf so eine ekelhafte Schiene zu gehen. Das bringt nichts. Und dadurch zeichnet sich auch unsere Community nicht aus. Ich sollte meine Videos schauen und auch mal sagen, hier, da hast du irgendwie was aus meiner Sicht nicht so geil gemacht oder so. Das ist ja auch super. Ich brauche keine blinden Hinterherlaufer oder so. Aber ich habe bei manchen dieser Kommentare mal geguckt und ich habe mal gesehen, was sie sonst so kommentiert haben oder seit welcher Zeit die eigentlich bei mir sind. Und dann muss ich sagen, da sind jetzt keine Leute, die schon seit Video, was weiß ich, Keller-Schalks vor einem Jahr irgendwie dabei waren. Sondern die sind noch nicht so lange dabei. Und das ist aber gar nicht so wichtig. Mir ist nur was wichtig, was in mir los ist. Und wie gesagt, bis vor einer Woche wäre mir das herzlich egal gewesen. Hätte ich gelacht und hätte gesagt, jo, hätte vielleicht noch einen blöden Kommentar dazu gemacht. Und das ist doch gut, ja. Mir ist doch egal. Aber jetzt seit dieser Zeit merke ich, und das bezieht sich nicht nur auf diese Kommentare jetzt, sondern auch auf Kommentare, die ich dann über andere lese, egal wen jetzt, dass ich angefangen habe, ein bisschen umzudenken. Also es ist tatsächlich so, dass mich das getroffen hat, als ich das gelesen habe. Es hat was in mir ausgelöst tatsächlich. Und das ist ein blödes Gefühl und das kannte ich vorher nicht. Er meint, dass er jetzt Kritik bekommt. Also dass er damit nicht so sehr gut umgehen kann. Also kann ich verstehen, weil Bo's ist außerhalb der Shuyoka-Bubble eigentlich immer überall positiv aufgenommen worden. Völlig zu Recht. Der hat überzeugt mit seiner Objektivität, mit seiner anwaltlichen Kenntnis. Von daher waren wir alle immer cool. Wir brauchten an Bo's nie was kritisieren im Prinzip. Das war so ein cleaner deutscher Burger, könnte man quasi sagen. Und dass man dann jetzt eine Menge Gegenwind bekommt, das kann im Internet passieren. Ich bin davon Gott sei Dank verschont geblieben im Großen und Ganzen. Klar hast du immer mal negative Kommentare, wenn man auch so Formate macht wie ich. Also ich bin jetzt auch nicht der beliebteste YouTuber ever, aber es ist schon ein komisches Gefühl, wenn du quasi ein ganzes Jahr lang gehypt wirst und dann hauen alle mit dem Stock auf dich drauf oder auf dir drauf rum. Mein Gott, Schlaganfall. Ich glaube ihm das, dass es einfach ein doofes Gefühl ist. Oder vielleicht kannte ich es mal, aber es war dann weg. Weil für mich war das eigentlich mal was, das soll Spaß machen, weißt du. Weißt du, als würden wir vor ihm sitzen. Ja, ich weiß aber, was er meint. Ich merke die letzten Tage, also bei manchen Videos, ich habe jetzt auch viel vorproduziert und sowas, das hat mir schon Spaß gemacht. Aber so dieses ganze Ding drumherum, da ist mir ein bisschen der Spaß teilweise flirten gegangen. Und das ist, wie gesagt, jetzt seit diesen Dingen am Wochenende. Ich komme gleich dazu. Aber das ist ein Gefühl, das ist nicht sonderlich geil und ich möchte das so eigentlich auch nicht machen. Denn das ist für einen selber auch nicht gut. Also ich kann mir sowas nicht durchgucken. Und es gab wirklich einen Moment, wo ich im Auto saß. Das Auto war abgestellt und ich habe... Er wird gerade nicht konkret, oder? Meine ich das nur. Also ich meine, was ist ihm denn klar geworden? Dass er das nicht mehr so kann? Also meint er jetzt die Shuyoka-Thematik? Oder was genau kann er nicht? Weil er hat ja nicht nur auf Shuyoka-Videos reagiert, sondern auch auf, naja, alltägliche Gerichtsurteile. Da ging es auch lange um die Rammstein-Thematik. Es ging auch immer mal wieder um andere rechtliche Einordnungen. Genau, was will er uns sagen? Also ich verstehe auch nicht so ganz, worauf das hier gerade hinausläuft. Bo's Videos sind zwar ein bisschen cringe mit den Soundeffekten und so inhaltlich top und seine Videos, ja, finde ich auch. Also bis auf das eine Video, aber sonst finde ich ihn auch top. Ja, und das, wie du sagst, cringe. Ich finde, das ist sein Stilmittel und das passt zu ihm. Es ist cool. Mit der Glocke am Anfang und so, das brauchen wir nicht kritisieren. Ja, das ist sein Stilmittel. Kann er gerne so machen. Wenn wir irgendwie einen Kommentar bekommen oder sowas, und da stand dann auch irgendwas, ach, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es ging um meinen Beruf oder wie beschissen ich da bin oder was auch immer. Ist ja auch egal. Oder es war irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Kommentar es war. Und es hat mich wirklich emotional tatsächlich gepackt und ich musste erst mal ein paar Minuten im Auto hocken. Und also diese Dinge passieren so in meinem Kopf und das ist nicht gut. Parallel diese Entwicklung, in der ich da gerade bin, wie gesagt, am Wochenende ist was passiert. Das hat jetzt überhaupt nichts zum Beispiel mit dieser Thematik KuchenTV, Hochschuljoker zu tun, sondern mit jemand anderem. Ich möchte das nicht erwähnen, also ich möchte es nicht identifizierbar erwähnen, deshalb werde ich es sehr kryptisch machen. Aber der hat auch was gemacht, YouTube-mäßig. Und danach sind dann Sachen passiert von außen auf ihn, die ich schon hart fand und die aus meiner Sicht, also bis zur, ich will jetzt nicht von so Straftatbeständen sprechen oder sowas, aber es wurde schon sehr massiv eingewirkt, dass er das in eine andere Richtung machen soll. Weiß einer von euch da mehr? Ich bin komplett raus. Keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, in welche Richtung das hier gehen wird. Ich höre fleißig weiter zu, aber das ist sehr kryptisch. Also von Minute eins an ist das alles sehr kryptisch. Und da ist mir erstmals klar geworden, dass da teilweise Dinge laufen, hier im Internet, YouTube, Twitch, was weiß ich was. Das ist nicht meins. Das ist nicht das, warum ich das hier angefangen habe oder warum ich das mache oder warum ich es auch weitermache. Sondern das sind einfach Sachen, die sind scheiße. Und da wird mit Leuten umgegangen in einer Art, die einfach nicht okay ist. Und ja, wie gesagt, da stehe ich nicht dahinter. Und da ist mir irgendwie ein Licht aufgegangen, dass ich das nicht unterstützen möchte. Und mir ist auch noch ein Licht aufgegangen, denn ich habe erstmals angefangen, also so richtig bewusst jetzt, dass es mir auch nahe geht, zu erkennen, was Kommentare gegen wen auch immer, was die auslösen können bei jemandem, der das liest. Also ich verstehe, was er meint im Groben. Also genau kann das ja keiner sagen, was er meint. Aber im Groben verstehe ich das schon. Ich denke, also meiner Meinung nach, bezieht er sich hier auf die Shoyoka-Thematik. Und denke ich, ich weiß es nicht, aber ich denke, er bezieht sich darauf. Da muss man aber auch dazu sagen, dass wenn er sich mit diesem Thema befasst und er dann auch eine ganz klare Position einnimmt, da muss man, leider ist das so, mit einer gewissen Reichweite, auch mit negativen Feedback leben. Das ist nicht schön. Ich kenne diese Bubble von Shoyoka selbst. Ich habe auch eine E-Mail bekommen, die nicht besonders schön war. Vielleicht hat er die E-Mail auch bekommen. Kann ja sein. Dass er irgendwie, ja, wurde er bedroht. Kann sein. Kann ja sein. Und dass er dann sagt, das geht in die falsche Richtung, dafür hat er das nicht gemacht. Aber ich bleibe dabei, wenn du im Internet Content erstellst und hochlädst, du hast immer irgendwelche Idioten. Du kannst Werbung für die tollsten Sachen machen. Du kannst der tollste Influencer sein. Du kannst für Positivität stehen ohne Ende. Es gibt immer Menschen, die hassen dich. Es gibt immer Menschen, die wollen dich klein machen. Und ich glaube, da ist der Boos jetzt an einem Punkt, wo er merkt, dass das Internet auch ganz dunkle, schwarze Seiten hat. So würde ich das einschätzen. Dass er vor allen Dingen jetzt auch mit dieser massiven Kritik, diese überzogene Kritik, dass er damit vielleicht nicht umgehen kann. Und vielleicht auch, ja, wie ein paar andere Creator, die sich da mit der Shoyoka-Thematik befasst haben, einfach bedroht worden ist. Kann ich mir vorstellen. Weiß ich aber selbst nicht. Also nur, weil ich die ganze Zeit immer gesagt habe, ja, dann schreibt doch. Oder früher, kenn mich, haben wir mal einen Short gemacht und haben uns drüber amüsiert, irgendwie, wenn mich einer irgendwie massiv beleidigt hatte oder so. Ja, alles gut. Vielleicht ist er einfach nur urlaubsreif und wir gönnen ihm seine zwei Wochen Italien und er kommt komplett als alter Boos zurück. Das wäre doch schön. Aber wenn du mal selbst merkst, dass dich das dann doch trifft und dich ärgert das ja auch. Also mich ärgert das selbst, dass mich das jetzt stört. Dann ist man an einem Punkt, wo man irgendwie umdenkt. Und wie gesagt, man muss, glaube ich, mal erkennen, das sind alles Menschen, die da agieren. Und ich möchte nicht mehr, wie soll ich denn das sagen? Also ich möchte da einfach ein bisschen aufmerksamer, ein bisschen vorsichtiger sein und mit Menschen mehr umgehen in dem Wissen, dass das auch Menschen sind. Ich meine, klar ist das hier irgendwie für viele der großen Streamer oder sowas oder YouTuber ist das ein Geschäft und ist das natürlich auch ein Business. Aber du darfst nicht vergessen, auch wenn die jetzt untereinander da schießen oder sowas, da stehen immer Menschen dahinter. Jeder dieser Personen ist ein Mensch und wir kennen ja die Menschen hinter diesen Internetpersonen überhaupt nicht. Wir wissen ja gar nicht, wie fühlt er sich jetzt oder wie ist das jetzt? Und ich merke in der letzten Zeit auch in dieser ganzen Pia-Scholz-Thematik merke ich immer mehr, da wird dann... Ja, ich wusste, ich wusste, 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 dass das in die Schoyoka-Richtung geht. Egal jetzt von welcher Seite, wird dann irgendwie argumentiert, ja, die hat aber das und das gemacht und ja, der hat aber das und das gemacht und das, was sie jetzt da sagt, das kann sie aber so nicht sagen, weil das wäre ja falsch. Und also da gibt es tausend Beispiele, da wird irgendwie versucht, irgendwie sachlich zu argumentieren, aber du vergisst eins bei dieser ganzen Thematik und das ist mir halt klar geworden, dass es manchmal gar nicht so wichtig ist, wer sich da jetzt wie verhalten hat. Und ich glaube, bei Menschen ist das ja immer so, dass wenn die was tun, dass die in der Regel einen Grund dafür haben und dass die auch sich für sich irgendwo im Recht sehen. Das kannst du von außen natürlich dann objektiv beurteilen und hocken sich Leute wie ich da hin und sagen was dazu, wer da jetzt recht hat und was da richtig ist. Das ist ja alles gut und schön, kannst du ja auch machen. Aber du musst halt mal verstehen, dass, wie gesagt, diese Leute halt menschlich sind. Jeder versucht, sich irgendwie zu verteidigen, ja, egal ob das, was er jetzt vorher gemacht hat, im Recht war oder nicht, das spielt doch dabei überhaupt keine Rolle erst mal. Deshalb, wenn sich jemand hinsetzt und sagt, mir hat das wehgetan, mir hat das ein Trauma verpasst, weil irgendwas, ja, und dann kommt jemand anders und sagt, ja, das kannst du aber so nicht sagen, das stellt sich jetzt in irgendeine Opferrolle und du hast ja vorher irgendwas gemacht und das war objektiv falsch. Ja, also ich weiß, was er uns sagen möchte, Chad, aber diese Welt, die er gerne hätte, die existiert leider nicht. Ja, diese Welt, wo jeder Mensch auf den anderen Menschen Rücksicht nimmt, siehe ganz allgemein gesellschaftliche, kritische Themen. Wir haben das überall in der Gesellschaft. Natürlich ist das nicht gut, das ist nicht schön und Boos spricht hier gerade auch, naja, den Fakt an, dass eine Shoyoka sich immer in die Opferrolle drängt. Für diejenigen, die jetzt gerade ein bisschen länger dabei sind, wir haben das Tobias-Huch-Video vorhin gesehen, da geht es halt nicht drum, dass da, weiß ich nicht, dass da irgendwie ein Kindheitstrauma von Shoyoka nicht ernst genommen wird, da geht es darum, dass diese Frau strafrechtlich relevant andere Creator framed kaputt machen möchte und deren Leben zerstören möchte. Das hört sich jetzt von Boos alles richtig an. Ich würde das alles so unterschreiben in einer Welt, die vielleicht anders ist, die vielleicht besser ist, die es aber faktisch einfach nicht gibt. und ich werde mich hier nicht hinstellen können, das kann ich einfach nicht und ich werde nicht sagen können, dass man eine Shoyoka da irgendwie Recht geben könnte oder dass sie in ihrer eigenen Welt Recht hat. Keine Ahnung, das geht bei mir einfach nicht, weil ich sehe, was da passiert und ich sehe vor allen Dingen, wie viele Friedensangebote eine Shoyoka auch bekommen hat. Also ich mag Boos sehr gerne und ich weiß, was er sagen will. Wir würden das auch unterschreiben wollen in einer Welt, die es aber leider nicht gibt. Darauf können wir uns einlassen. Das ist nur ein Beispiel, ja. Und ich denke mir halt, sollte man nicht zu einem Punkt gelangen, wo es vielleicht egal ist, ob derjenige das vorher richtig gemacht hat, aus einer objektiven Sicht oder nicht, weil er hat das doch aus einem bestimmten Grund gemacht und jetzt sind wir ja jetzt und jetzt passiert irgendwas und jemand sagt, mich trifft das hart, mich triggert das, mich traumatisiert das, was auch immer. Und dann muss man doch auch versuchen, das einfach mal zu verstehen. Also ich versuche immer, guck mal, ein schönes Beispiel, ich streite mich jetzt mit jemandem, ja, und dann sage ich irgendwas Blödes zu dem. Und dann sagt er, was weiß ich, fängt er jetzt an zu heulen und sagt, boah, das war voll fies, das hat mich total getroffen. Und dann sage ich, ja, du hast aber vorher das und das gemacht, weißt du? Und deshalb darf ich das. Ja, ja, genau. Guck mal, im Chat wird es auch geschrieben, sein unerschütterlicher Glaube an das Gute im Menschen ist bewundernswert. Aber so habe ich Boos auch kennengelernt. Wir haben ihn als Menschen auch nie kritisiert. Wir haben nur seine Aussagen und sein Statement kritisiert. Aber in ihm ist, glaube ich, ein riesen, riesen Herz. Das darf man hier einfach nicht vergessen. Hier spricht der Mensch Boos gerade. Hier spricht nicht der Anwalt Boos. Hier haben wir gerade Mensch Alex Boos sitzen, der sich einfach, ja, einen friedlicheren, liebevolleren Umgang wünscht. Wie gesagt, Chat, das ist alles eine Welt, die hätte ich auch gerne. Die Welt hätte ich auch gerne. Ist immer so ein bisschen die Frage, wie das mit der Realität vereinbar ist. Denn eine Shuyoka framet wirklich andere Creator als Kinder-P-Filmchen-Gucker. Ihr wisst, was ich meine. Und das geht einfach nicht. Jeder hat das Recht, sich zu wehren. Auch eine Pia Scholz, a.k.a. Shuyoka, hat das Recht, sich zu wehren. Aber hier kommt einfach dazu, dass man gewisse Communities für bzw. gegen etwas instrumentalisiert, um andere zu zerstören. Und wir sind hier einfach inzwischen seit längerer Zeit auf einem ganz anderen Level unterwegs. Hier ist es nicht, einer ist unfreundlich zum anderen oder einer sagt etwas Böses über den anderen in spielerischer Art und Weise, wie es hier vielleicht jetzt dargestellt wird. Nein, hier geht es um krasseste Diffamierung und um Zerstörung der Gegenseite. Das hört sich von Boos alles so richtig an. Dieses Shithole ist einfach viel, viel tiefer. Das ist das Problem. Und das ist halt irgendwie eine blödsinnige Einstellung, finde ich. Und logisch, damit zu argumentieren, ist auch blödsinnig, weil am Schluss bestimmt halt manchmal, ich versuche das heute nicht zu schneiden, also wenn ich mich verspreche, ist jetzt mir nach oder so wenig wie möglich. Aber am Schluss des Tages kommt es doch darauf an, der Empfänger bestimmt doch auch den Inhalt der Botschaft oder wie es bei ihm ankommt. Und wenn jemand was mitkriegt und es tut ihm weh, dann muss man das doch auch irgendwie mal akzeptieren. Also wir können doch nicht auf so einer Ebene immer miteinander umgehen, dass man sagt, ja, das darf die aber nicht blöd finden oder der, weil wer hat ja vorher das und das gemacht und deshalb ist das gerechtfertigt. Und es ist mir inzwischen ab einem gewissen Punkt egal, wer was wie wann gemacht hat und wer welche Fehler gemacht hat und wer sich da blöd benommen hat, weil ich irgendwie anfange einfach mal zu sehen, okay, hier ist jetzt gerade was, klar, das ist eine Vorgeschichte, aber das hat einer Person wehgetan, weißt du? Und das, das tut ja nicht gut, dieser Person. Und dann, menschlich gesehen absolut ziehe ich den Hut vor Alex. Ich glaube einfach, dass die Internetwelt, ich weiß es nicht, also vielleicht ist die Internetwelt für ihn was, ja, aber besonders die Thematik rund um Kuchen und Schuyoka, dass man merkt es ihm ja wirklich an, dass, ja, dass ihm das zusetzt und dann ist, dann ist es nicht das Richtige. Wenn er keinen Spaß mehr dabei hat, wenn es ihn persönlich verletzt, dann ist es einfach nicht das Richtige. Dann fängst du an, Dinge anders zu beurteilen, weißt du? Weil das sind alles keine Maschinen und mir, ich beginne mich da immer mehr in Leute rein zu versetzen und das ist, einerseits natürlich ist das, ist das schön, dass ich das tue, andererseits ist das ein Zustand, der mir relativ, also es fällt mir relativ schwer, ja, weil es nicht angenehm ist. Es ist einfacher, wenn dir dieser Kram scheißegal ist. Aber ich kann das ab einem gewissen Punkt einfach nicht. Na, kurze Pause. Also meine Message ist einfach, ich möchte gerne, uff, Uff, Chat. Punkt einfach nicht. Na, kurze Pause. Man sieht es ihm an, ne, man sieht es ihm an und wenn ich ihm jetzt einen Ratschlag geben können würde, also klar, er fliegt ja jetzt eh in den Urlaub, das ist absolut richtig, einfach mal zwei Wochen auch gar nichts machen, Handy weglegen wahrscheinlich, am besten, also am besten wäre es gar nicht auf YouTube gucken, gar nicht sich dazu sehr in die, in die Thematik noch reingucken, reinlesen, bisschen Abstand gewinnen und vielleicht entscheidet er sich ja einfach das Thema Shoyoka sein zu lassen. Also einfach, um sich selbst zu schützen, weil wenn er daran zugrunde geht oder wenn es ihm nicht gut geht, das ist halt nicht schön, dann sollte man das lassen. Also meine Message ist einfach, ich möchte gerne, dass man zu einem Zustand gerät, wo es egal ist, also wo man nicht sagt, das ist gerechtfertigt, jemand irgendwas anzutun, sondern wo man einfach mal hin nimmt, okay, ich bin zwar in der Diskussion oder sowas, aber die andere Person fühlt sich jetzt gerade schlecht. Guck mal, Mondscheingesicht fragt, ob die Aktion jetzt von Tobias Huch okay war, das nochmal zu thematisieren. Ja, ich finde schon, ich finde das auch wichtig, dass er das Thema genommen hat und nochmal verbreitet hat, um seinen eigenen Ruf halt zu retten. Er wird als Kinder, wie soll man das sagen, das ist, ja Kinder-P, ihr wisst, was ich meine, ja, diese Filmchen, die man nicht gucken sollte. Er wird da hingestellt, als wäre er Konsument dieser Filme. Und versteht mich nicht falsch, ich wäre der Erste, der sich vor die Kamera stellt und sich verteidigt, das ist wichtig. Klar, du gewinnst einen Gerichtsprozess, aber jetzt mal ernsthaft, wer bekommt denn davon mit? Meint ihr eine Shoyoka, setzt sich in den Stream und sagt, ach, übrigens, ich darf das nicht mehr sagen, Tobias Hoch hat gegen mich gewonnen. Man muss es klarstellen. Und du hast nicht nur das Recht, das klarzustellen, ich finde es absolut wichtig. Vielleicht sind wir da einfach in der Meinung zu unterschiedlich, aber ich würde es auch klarstellen. Weil bei der was ankommt, was ich gesagt habe, vielleicht habe ich das nicht so gemeint, aber bei ihr kommt jetzt irgendwie das und das an. Ja, und dass man das einfach akzeptiert und versucht, okay, das musst du ja gar nicht verstehen, du musst ja, musst ja dann gar nicht sagen, hä, das habe ich doch gar nicht so gemeint, das darfst du so, aber nicht empfinden. Ja, so funktioniert es einfach nicht, sondern man muss versuchen, glaube ich, zu sagen, okay, dann habe ich das, also ich verstehe das jetzt zwar nicht richtig, aber ich kann verstehen, dass du mir sagst, dass dir das gerade wehtut. Ja, also so in der Hinsicht. Und ich glaube dann, wenn man das ein bisschen weiterspielt, dann würde das vielleicht zu etwas mehr gegenseitiger Rücksichtnahme und zu Umgang führen, der vielleicht besser ist für alle. Ja, also ich würde es mir wünschen und ich für mich will das in Zukunft mehr beherzigen. Ja, und was dieses ganze YouTube-Twitch-Ding angeht, ich habe euch das eine Beispiel da genannt, hier jetzt von YouTube, wo da jemand massiv beeinflusst worden ist, von Dritten, die auch dort in der Szene da unterwegs sind und dann waren noch ein paar andere Dinge, da möchte ich aber jetzt nicht drüber reden und wo ich einfach merke, dass, das, ja, weiß ich nicht, das geht mir einfach nicht rein. Das mag ich einfach nicht. Tja, ich weiß nicht, hat jemand irgendwie was verstanden, was ich sagen möchte? Auf jeden Fall. Die ersten sieben Minuten habe ich mir schwer getan, bin ich ganz ehrlich, um reinzukommen ins Thema, weil man da sehr viel reininterpretieren konnte und auch musste. Die zweiten sieben Minuten absolut verständlich. Absolut verständlich. Wir können alle auch mal gerne jetzt ein Herz für Alex Boos in die Kommentare schreiben, weil abgesehen vom ganzen YouTube-Twitch-Ding, ja, da kann jeder, da kann jeder dazu stehen, wie er möchte, wirklich. Ihr könnt auch auf Cho-Yoga-Seite sein, meiner Meinung nach, ist mir egal, könnt ihr gerne machen, ja, aber menschlich gesehen hat er hier einfach recht, Punkt. Auf der menschlichen Ebene ist das absolut korrekt. Also nicht immer nur stur in der Diskussion bleiben und bewerten, wer hat das jetzt richtig gemacht, er hat das aber falsch gemacht, die hat das falsch gemacht und deshalb darf... Ja, Alex, sie sind für dich, ich weiß, dass du manchmal meine Reactions guckst, die Herzen sind für dich. ...wann sie jetzt genauso angreifen, ja, nein, sehe ich eben nicht mehr so und wie ich gesagt habe, mir ist es ab einem gewissen Punkt egal, wer was, wie, wann, falsch gemacht hat oder sowas, wenn bei demjenigen dann irgendwie was ankommt, was ihm wehtut, dann finde ich das nicht mehr gut und dann sollte man es einfach nicht machen, ja. Das ist so das, was ich eigentlich damit sagen will. Ich hatte es mal in einem anderen Video, da hat mal Robert Mark Lehmann geguckt, habe ich auch mal gesagt, passt mal auf, was er mit diesen, mit diesen Kommentaren da teilweise macht. Ihr seht das auch unter meinen Videos, wenn wir ein Video schauen, so weiß ich, was nehmen wir denn jetzt, irgendwas mit dieser Kuchen-TV, Pierre-Scholz-Thematik, ja, und dann sehe ich da schon viele Kommentare bei mir, die sehr massiv... Ja, Big Mom, du hast sicherlich nicht ganz Unrecht, ja, dass er in dem Moment auf den Hate nicht klarkommt, das stimme ich dir zu und wir wissen alle, er hat den Alpha Kevin da wirklich zu Unrecht krass gehatet, also nicht gehatet, sondern zu Unrecht kritisiert oftmals, als Wendehals, als jemand mit einer Doppelmoral, da stimme ich dir zu, aber wie gesagt, auf der menschlichen Ebene verstehe ich ihn hier trotzdem und er ist da sicherlich in einigen Aussagen auch zurückgerudert und wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen, wir sollten jetzt nicht hingehen und jeden sofort canceln, weil er einmal einen schlechten Take hatte, okay? Gegen Frau Scholz gehen, ja, jetzt nicht unbedingt beleidigend, beleidigende Sachen habe ich immer versucht rauszulöschen, aber es sind halt Sachen, die sind trotzdem irgendwie so, na, also da ist halt schon so hart an der Grenze manches, weißt du? Wir können auch ein anderes Beispiel machen, jetzt bei jemandem, der vielleicht ein Video gegen KuchenTV macht, wenn du da unter den Videos schaust, dann wird das gleiche mit ihm gemacht, ja, also, das ist einfach das, was ich meine und da wollte man sich einfach mal überlegen, ob das irgendwie sein muss, ja, also ich habe meine, jetzt glauben, wer will, aber wenn ich meine Prozessberichtsvideos gemacht habe, dann habe ich das jetzt nicht gemacht, dass ihr da drunter geht und hatet irgendwie eine dieser Personen, ja, das brauche ich nicht, also ich meine, ich könnte da irgendwie kommentieren, aber da waren dann wieder manche, manche, immer Vorsicht, ich spreche nie von allen, ja, der Großteil der Leute, die bei mir abonnieren und die bei mir schon länger abonniert haben, die sind da relativ cool, aber natürlich kommen da, wenn ich solche Themen mache, auch andere dazu und sind ja auch herzlich willkommen, aber dieser Grundgedanke halt, ein bisschen aufpassen auch mit dem Kommentar, weil du was so bei anderen Leuten damit auslöst, ich spreche das nicht von mir, ich komme mit mir selbst schon zurecht, aber einfach ein bisschen friedlicher sein, ein bisschen lieb miteinander, wisst ihr, ich meine, das ist echt die Rede an die Nation von YouTube, ja, wirklich, von dieser Aussage können sich alle Creator, auch ich, ja, auch ich mit meinen Reactions, wir können uns da alle eine Scheibe von abschneiden und uns da mal ein Beispiel dran nehmen und uns hinterfragen, wie wir in Zukunft miteinander umgehen wollen, aber ich bleibe auch dabei, die Welt ist nicht so, dass man immer aufeinander achtet, sondern es folgt eine Aussage, zum Beispiel von einer Shuyoka, dann folgt eine Reaktion, man befindet sich in einer ewigen Eskalationsspirale und dann kommt am Ende des Tages halt sowas bei rum und wenn man dann Shuyoka heißt und dann noch dafür sorgt, dass die eigene Community aufgehetzt wird, dann ist es irgendwo auch eine Doppelmoral, also, weil hier wird ja gesagt, wir sollten aufpassen, dass wir netter zueinander sind, dass wir auch eine Pia Scholz verstehen, die dann sich wehren möchte, aber auf der anderen Seite stachelt sie ihre Follower und Zuschauer an und die gehen dann zum Beispiel wie letzte Woche auf eine leeren Frau. Die kleinen Creator können sie auf jeden Fall sofort platt machen. Dann stachelt sie die auf, dass sie alle irgendwie auf Kuchen gehen, auf Jay Riddle gehen. Mich haben sie jetzt auch schon angeschrieben. Ich glaube auch die Mods rund um Ascaron und wie sie alle heißen, ja, das sind die Menschen, die das Internet richtig zur Hölle machen. Da muss man sich einfach auch mal an die eigene Nase packen. Ehrlich. Tatsächlich. Wer hat denn KuchenTV, wer hat denn Hoch, wer hat denn Pia Scholz jemals gesehen, von denen, die da kommentieren? Ich glaube, die allerwenigsten. Und davon diese Personen zu kennen, glaube ich, sind noch viel mehr meilenweit entfernt. Und trotzdem fühlt man sich... Ist absolut richtig, aber ich muss eine Person nicht kennen, nicht persönlich kennen, um ihr Verhalten zu verurteilen. Ich kann ja zum Richter auch nicht sagen, Herr Richter, Sie kennen mich doch gar nicht privat. Ich habe zwar gerade draußen irgendwie fünf Menschen überfahren, aber privat bin ich ganz netter. Ja, das ist menschlich, ich sage es immer wieder, menschlich super, aber das ist nicht die Realität einfach. Man kann sich dann natürlich als Teil und muss man seinen Influencer verteidigen und sowas. Das kann ja alles nachvollziehen, aber das ist... Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja auch zu alt, um das nicht ein bisschen reflektierter zu sehen oder zu sagen, das hat auch alles seine Grenzen. Guckt, mich könnte doch auch gut kritisieren zum Beispiel. Wenn ich was falsch mache, wurde ich immer kritisiert. Das ist doch okay. Mach das ruhig weiter so. Ich versuche nur da ein bisschen mehr Frieden, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Harmonie vielleicht reinzubringen in diese Sache. Ich für mich, ich kann nur das machen, was mich betrifft. Ja, fange beim Man in the Mirror an, gell? So heißt es in dem Lied. Und das finde ich ganz gut. Und Robert Mark Lehmanns hat es ähnlich gesagt. Verschwendet doch nicht eure Lebenszeit irgendwie, um da jetzt Hate-Kommentare gegen Personen zu schreiben. Nochmal, das beziehe ich jetzt nicht auf die Kommentare, die ich da gesehen habe. Also, ich habe das im Chat gerade auch gelesen. Es gibt da so eine sogenannte Pflegeschuioca, also eine Frau, die sich auch krass auf den Feminismus bezieht, die mir zum Beispiel im Internet, auf Instagram vorwirft, ich hätte mehrere Strafanzeigen gegen mich laufen, die mich öffentlich diffamiert und, und, und. Wenn ich mich jetzt in die Lage hineinversetze, also vor allen Dingen auch in meine, wie nett und wie tolerant soll man so einem Menschen gegenüber sein? Also wisst ihr, dann über Liebe und über ein besseres Miteinander zu sprechen, während du von der Gegenseite versucht wirst zu zerstören, tue ich mich schwer mit. Also wirklich. Es gibt weitaus Schlimmeres, was verschiedene Personen im Internet da aushalten müssen. Also bei mir ist es ja Philophants. Aber, ja, das will ich eigentlich damit sagen. Lass einfach mal ein bisschen Liebe da und wenn jemand, vielleicht ist es manchmal besser, bevor man dann motzt, irgendwie gar nichts zu kommentieren. Geht raus, genießt den Tag, macht was Schönes. Macht was mit eurer Familie, macht was mit euren Kindern, wenn ihr welche habt. Und wenn nicht, dann macht was mit Freunden, Familie und so weiter. Es gibt so viel Wichtigeres als all das. Ja. Ja, das sind so im Wesentlichen die Punkte. Zusätzlich habe ich noch so gewisse Dynamiken erkannt für mich. Jetzt mache ich Twitch, YouTube auch. Dass man mittlerweile natürlich schon merkt, oder ich weiß vorher, okay, hier mache ich ein Video, da weiß ich, der wird darauf reagieren oder die wird darauf reagieren oder so. Und das ist auch so was, also das freut mich immer ungemein, wenn jemand meine Videos schaut. Aber es ist auch schön, wenn Leute auch mal andere Videos schauen, als jetzt nur, was weiß ich, Pierre Scholz oder Kuhn-TV oder sowas. Sondern wie bei anderen Sachen auch. Viele schauen ja auch gerne diese Rammstein-Thematik oder sie schauen gerne, wenn ich was über Israel gemacht habe oder über meine Wale, schauen natürlich die viel zu wenige. Aber egal. Ja, das ist so ein schwieriger Punkt, Chat. Ich weiß, was er meint, aber als Content-Creator guckst du halt in der Regel auch das, was viele gucken. Du guckst es aus eigenem Interesse natürlich auch. Mich interessiert das ja, was bei so Shoyoka-Prozessen rauskommt. Und euch interessiert das sicherlich auch. Wir könnten jetzt auch hingehen und irgendwie auf Katzen-Videos reagieren. Kann man auch machen, ja. Aber diesen Punkt fühle ich jetzt gerade ehrlicherweise nicht so, weil dann muss sich auch ein Alex Boos fragen lassen, warum er denn so viele Videos über Shoyoka gemacht hat. Wenn man denn auch andere Videos hätte bringen können, hat er ja auch gemacht. Aber er hat aber schon viele Shoyoka-Videos gemacht. Und so ist es bei Kuchen auch. Er macht Videos über Shoyoka, nebenbei auch mal andere, aber hauptsächlich aktuell auch wieder über Shoyoka. Weil es halt ein aktuelles Thema ist. Ja, ihr wollt, dass ich auf Katzen reagiere, ne, ja, Bruder, wirklich. Das werden wir trotzdem weitermachen. Und wir werden sowieso so weitermachen, nur halt ein bisschen verändert. Und ich will ein bisschen zurück zu dem, dass ich mir die Sachen anschaue, die mir Spaß machen. Ich will nicht in so eine Geschichte rein. Du musst das jetzt machen, weil da ist... Abgesehen vom Inhalt, habt ihr das gesehen, was hier im Hintergrund steht? Ist mir gerade schon aufgefallen. Ist das etwa ein Holy-Probier-Paket? Ist das etwa so ein Starter-Set-Deluxe? Kuh-TV-Thema oder sowas, ja. Das soll so nicht sein. Und Kuh-TV war jetzt in dem Fall nur ein Beispiel, geil. Aber ich, wie gesagt... Und vielleicht noch was anderes, wenn Videos von zwei Personen da sind, dann schaut euch beide an. Schaut euch nicht nur das von der einen Person an, sondern schaut das von beiden. Das werde ich auch für mich machen. Also ich habe schon damit angefangen. Ein Video ist da schon aufgenommen. Einfach, um auch mal andere Seiten zu sehen. Mich würde auch sehr interessieren, zum Beispiel mal, kommen wir wieder zu dieser Thematik tatsächlich. Ist ja doch sehr bewegend im Moment. Und ist ja auch mit ein Auslöser für meinen... Für meinen... Wie nennt man das? Für meinen Burnout? Nein. Aber kein Burnout. Für meinen Wandel oder für meine Gedanken im Moment. Sagen wir es vielleicht so. Mich würde bei diesen Personen tatsächlich mal ganz was anderes interessieren, als sie im Moment immer sehe. Im Moment kriege ich immer nur... Oder ganz viel Beef und Kritik und Kritik in die andere Richtung und zurück und irgendwelche Sachen hier und da. Mich würde eigentlich mal interessieren, was ist mit den Menschen dahinter? Nimm mal einen Kuchen-TV. Wie ist denn der aufgewachsen? Was hat er früher gemacht? Ich weiß das alles gar nicht. Sowas fände ich mal interessant. Oder was macht er gerne in seiner Freizeit? Ich meine, klar, wenn du ihm auf Instagram folgst, er spielt Fußball und er macht Sportstudio und so, das ist mir alles klar. Aber einfach mal ein bisschen was anderes. Mal was abseits davon. Einfach mal hinter die... Ich verstehe das. Wirklich. Aber stellt euch vor, Kuchen-TV macht jetzt keine Meinungsblogs mehr, sondern Vlogs. Kuchen-TV steht morgens auf. So Herr-Tutorial von einem Kuchen-TV, oder? Das würde ich mir, glaube ich, auch noch angucken. Das sind halt Meinungsblogger. Ich bin auch irgendwo ein Meinungsblogger. Ein Alpha Kevin ist ein Meinungsblogger. Kuchen-TV ist größtenteils ein Meinungsblogger. Das ist halt auch ein bisschen unser und auch deren Job. Von daher, du kannst ja jetzt nicht sagen, die sollen anderen Content machen. Das ist ja genau dieser Content. Dann musst du nicht an sich die Creator kritisieren, sondern den Content oder die Menschen, die das konsumieren. Ich weiß es nicht. Aber damit verdienen wir alle, also ihr jetzt nicht, aber ich oder die anderen Creator verdienen damit halt eben Geld. So ist es. Die Fassade blicken. Gleiche bei Frau Scholz. Was hatten die? Ich weiß gar nicht viel. Also diese ganze Story von Österreich nach Berlin und so weiter. Was für ein Mensch steckt da dahinter? Weißt du, wie, was macht sie gern? Was sind Hobbys? Einfach solche Sachen. Gilt für viele andere Influencer genauso. Ja, einfach mal ein bisschen weg von dem Thema, von dem du so zugeschüttet wirst. Weil ich glaube, es wird auch irgendwann mal, wird es mal träge. Und mittlerweile hat es auch echt Ausmaße erreicht, dass es wirklich bedenklich wird. Und ich da auch Angst habe, weil das sind, wie ich gesagt habe, alles Menschen. Und Menschen handeln irgendwie. Und wenn Menschen irgendwann nicht mehr können, passieren irgendwann Dinge. Und ich glaube, man sollte da sehr aufpassen. Ich spreche da jetzt gar niemand bestimmten an. Ich sage das nur allgemein. Wenn das in einer gewissen Art eskaliert, dann passieren da möglicherweise irgendwann mal schlimme Dinge. Oder Dritte machen dann plötzlich schlimme Dinge, weil sie irgendwie versuchen, ihren Creator oder ihre Creatorin zu verteidigen. Und das Recht hat er, muss man sagen. Das ist was, da sollte man nicht hin. Also ich kann nur mahnende und weise Worte abgeben. Ja. Also da sind so ein bisschen die Dinge, die mich beschäftigen. Vielleicht hat es ja ein oder andere verstanden und ist noch dabei, vielleicht auch nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn man ein bisschen was daraus mitnehmen kann. Ich für mich nehme viel daraus mit. Und ich möchte wieder zu dem Status, dass mir das Ganze auch wieder Spaß macht. Denn wenn ich nur ein Video sehe oder nur ein Ereignis habe mit YouTube und sei es nur, dass ich einen Kommentar lese und ich merke so, okay, das triggert mich jetzt hart und ich verliere diese Leichtigkeit, dann ist das kein Zustand, den ich haben will. Und deshalb werde ich für mich was ändern. Und es hat eigentlich auch schon begonnen. Ja, sehr kryptisch. Und dann muss man auch keine Videos unterbrechen, weil es irgendwie zu emotional wird. Ja, also, das für jetzt. Ihr kriegt mit Sicherheit wieder ein paar Impressionen aus dem Urlaub. Vielleicht filme ich auch ein bisschen was. Aber ich war schon so oft in der Ecke. Da habe ich den Film, glaube ich, dann schon viermal oder fünfmal. Aber mal schauen. Wir werden uns sicher sehen. Und ein bisschen was habe ich vorproduziert. Vielleicht mache ich noch ein bisschen was. Muss mal gucken. Ich habe noch eine Arschvoll Arbeit. Muss ich noch machen. Und dann geht es weiter. Also, in diesem Sinne. Ich wünsche euch alles Gute. Genießt den Sommer hier in Deutschland. Ich genieße es bei 10 Grad wärmer. Wahrscheinlich in der Nähe von Rom. Und ihr habt eine gute Zeit. Wenn nur einer hier aus dem Video irgendwas mitnimmt, dann freue ich mich sehr. Und ansonsten, ja, freut euch einfach für die Dinge, die ihr habt. Seid lieb zueinander. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Okay? Und Alex Boos ist raus. Ciao. Oh, Mann, doch. Irgendwie doch ein hartes Video, ne? Weil es so emotional ist. Like hat er sich diesmal auf jeden Fall verdient. Oh, was schreibt er denn da drunter noch? Weil ich gerade jemanden darauf hinweisen musste, ich möchte heute und generell bitte keinerlei diffamierende oder ähnliche Dinge in meinen Kommentaren, egal gegen wen. Ich hatte eine Person darauf hingewiesen, das abzuändern. Danke. Ah, ja. Vielleicht sollte sich Alex auf allgemeine rechtliche Themen weiterberufen. Wenn er für sich sagt, er kann das alles nicht mehr, kann ich das absolut verstehen. Ich fand ihn in diesem Video so real und so voller Emotionen, dass er mir noch sympathischer ist als ohnehin schon. Also das Alpha Kevin Video, das vergessen wir einfach, ja. Er hat ja gesagt, dass er da einfach zu viel von hat. Das hat man in dem Video über Alpha Kevin auch gemerkt. Inwieweit sich der Content jetzt verändert, keine Ahnung. Es bleibt abzuwarten. Wir werden weiterhin auf seine Videos reagieren. Ich mag ihn trotzdem. Hat sich nichts dran geändert. Von daher liebe Grüße an dich, Alex, falls du das siehst. Und wir schreiben als Algorithmus-Kommentar einfach mal Liebe als Algorithmus-Kommentar in die Kommentare bei YouTube. Und damit bin ich raus für heute. Lasst mir gerne einen Like da. Abonniert gerne den Kanal. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.